Es ist vollbracht, 20.000 Abonnenten sind erreicht. Wir haben euch heute ein Gewinnspiel mitgebracht und da wollen wir euch kurz mal briefen. Also das eine natürlich, was ihr gewinnen könnt, das andere, wie ihr gewinnen könnt. Und ganz wichtig zum Schluss erwähnt sei noch, dass man nicht nur über Instagram mitmachen kann, sondern eben auch über YouTube. Also bleibt dran! Ja, ihr Lieben, also erstmal herzlich willkommen für dieses ganz besondere Video oder zu diesem besonderen Video. Rückblickend erstmal wollte ich euch erzählen, wann haben wir eigentlich begonnen damit. Und zwar fing das eigentlich mit Lukas an, als Lukas bei uns ins Unternehmen mit reinkam. Das war grobe Richtung Dezember 19, glaube ich, war es. Und da hat sich Lukas praktisch in die ganze Materie YouTube eingearbeitet, hat praktisch auch rausbekommen, wie schneidet man und so weiter. Da hat alles praktisch sich selber sozusagen startklar gemacht. Und wir sind dann zusammen gestartet. Das war grobe Richtung im Januar, Februar 20. Wir sind heute also erst, muss man fast schon sagen, im September 22. Also sagen wir mal zwei Jahre, gute acht Monate ist es her. Wir sind damals gestartet mit 79 Abonnenten. Das ist kein Witz. Und hatten da, glaube ich, ungefähr 10, 15 Videos, grobe Richtung. Haben seitdem ungefähr 350, 360 Videos gedreht. Wir drehen jede Woche für euch in der Regel zwei Videos. Wir haben teilweise sogar drei geschafft, aber das war letztendlich dann irgendwann zu viel, weil wir diese Videos eben nicht hauptberuflich drehen, sondern hauptberuflich sind wir hier im Geschäft und machen Beratung für euch und so weiter. Aber nebenbei drehen wir halt die Videos. Das machen wir jeden Montag, äh ne Quatsch, jeden Mittwoch oder Freitag, aber auf jeden Fall auch Sonntag. Das machen wir also schon immer. Okay, wir sind also bei 20.000 Abonnenten angelangt und haben im Juni, Juli, grobe Richtung, schon mal gesagt, dass wir ein Gewinnspiel machen werden. Und jetzt ist es soweit. Ich will euch kurz erklären, wie ihr dieses Gewinnspiel praktisch mitmachen könnt. Aber zuvor möchte ich euch erstmal sagen, was ihr gewinnen könnt. Im Einzelnen vorgestellt, ELAG-Lautsprecher. Ich will gar nicht auf den Typen eingehen. Das wäre jetzt eine FS287, aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass ich in dem Falle einmal mich bei den Industrien einzeln bedanke. Denn alles, was ihr hier seht, kommt nicht von uns, sondern wir dürfen es nur weitergeben an euch, an einem von euch, denn einer wird diesen Hauptpreis gewinnen. Und da erstmal, wie gesagt, oder wir fangen andersrum an. Wir haben nämlich auch Trostpreise dabei. Ich möchte mit denen beginnen. Und zwar so Trostpreis ist es eigentlich gar nicht. Wir haben von Kev den MU3. Das ist ein Bluetooth-Kopfhörer in ihr. Das ist ein sehr, sehr wertiger Kopfhörer. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Das wird der zweite Platz sein, dass ihr es wisst. Ihr bekommt dazu auch, das wird euch nachher in dem Google-Formular auch nochmal gefragt, ob ihr dazu sogar noch eine Schallplatte oder eine CD wollt. Ihr könnt auch noch ein T-Shirt dazu haben. Das könnt ihr alles ankreuzen. Aber das erkläre ich euch ein bisschen später. Und dann gibt es den, das ist der zweite Platz, und dann gibt es den dritten, vierten, fünften, sechsten Platz. Da hat Cambridge uns netterweise auch noch Melomania 1+, Kopfhörer, auch noch Zuschauer, auch in ihr, wie ihr seht, davon vier Stück. Also es wird sechs Preise so gesehen geben. Also fünf nennt es Trostpreise. Ich finde sie besonders toll. Also so ganz Trost ist es gar nicht. Und eben den Hauptpreis. Jetzt vielleicht ganz kurz zum Hauptpreis. Und zwar, die Firma Elag aus Kiel hat uns freundlicherweise Lautsprecher überlassen, muss man so sagen, die wir verlosen dürfen. Also an euch, den einen glücklichen Gewinner oder Gewinnerin natürlich, dementsprechend verschenken dürfen. Das sind immerhin Lautsprecher, die 3.100 Euro kosten. Ich will gar nicht auf die einzelnen Werte gehen, aber daran könnt ihr schon sehen, was hier so steht. Das ist schon sehr, sehr wertig. Die Firma Technics hat uns ein SOG 700 MK2, also das aktuelle Gerät, zur Verfügung gestellt, was wir verlosen dürfen. Also der Vollverstärker digitaler Natur, analog natürlich auch, der also wirklich eine ganz hohe Wertigkeit hat. Hatten wir auch schon im Test. Könnt ihr auch noch mal nachgucken dementsprechend. Dazu haben wir dementsprechend hier in der Mitte den Bluesound Note, damit ihr streamen könnt, dass also das Ganze auch musikalisch sozusagen digital auch unterwegs sein könnt. Wir haben den Denon, das nennt sich DP450USB. Also ihr könnt da eure Schaltplatten so gesehen digitalisieren, wenn ihr wollt. Schaltplattendreher dabei finden wir in der heutigen Zeit ultramodern. Einmal Streaming, einmal habt ihr Platte noch dabei. Analoger geht es eigentlich nicht. Wir haben dann noch drei Schaltplatten dazu gestellt. Haben gesagt, komm, falls ihr noch gar keine Schaltplatte habt, habt ihr mindestens schon mal drei. Dann haben wir natürlich in dem Fall AudioQuest gefragt, die so nett waren und gesagt haben, ja, wir geben euch praktisch die ganze Kabellage dazu. Das heißt, ihr habt wirklich sehr, sehr hochwertiges, das ist das Rocket 22, vielleicht kennen das einige von euch, und zwar als lose Ware, im Sinne von, dass ihr euch das kürzen könnt, wie ihr wollt. Wir legen auch noch ein paar Bananas dabei, damit ihr es konfektionieren könnt. Wir haben jetzt hier, glaube ich, 10 Meter, 10 Meter, genau, 10 Meter Kabel dabei, weil wir nicht genau, oder wir wissen ja nicht, wie ihr die Boxen stellen wollt. Also reichlich Kabel dabei. Habe ich was vergessen? Das Stromkabel ist noch dabei, dementsprechend für den Verstärker ein hochwertiges. Ja, und das Größte habe ich vergessen, das ist den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, und zwar 75 Zoll von LG. Auch nochmal herzlichen Dank an LG. Ihr kriegt auch noch ein 75 Zoll praktisch. Also wundert euch nicht, die Ware haben wir jetzt einmal ausgepackt für euch, damit ihr sie sehen könnt. Und jetzt will ich euch kurz erklären, wie ihr überhaupt teilnehmen könnt. Gut, ihr Lieben, bevor ich es vergesse, das Rack von Spektral ist nicht dabei. Das haben wir nur benutzt, damit ihr es ja ein bisschen schön drapiert sehen könnt. Und auch dieser hohe Fuß, der dahinter ist, der gehört auch nicht dazu, sondern das ist ein Fuß, den wir jetzt nochmal aufgebaut haben, damit wir das alles so aufstellen können. Aber selbstverständlich ist beim Fernseher ein Tischfuß dabei. Das gehört natürlich zum Lieferumform bei LG dazu. Ihr könnt den aufbauen, selbstverständlich. Jetzt ist aber das Wichtigste erstmal, wann findet das Ganze eigentlich statt? Ihr könnt teilnehmen bis zum 18.09.23 Uhr 59. Genau dann wird das Fenster sozusagen zugemacht. Bis dahin hoffen wir eben halt von euch sehr, sehr viele Google-Formulare gekriegt. Und da komme ich gleich drauf zu sprechen. Das Ganze wird dann ausgelost am 19.09., das ist ein Montag, um 18.00 Uhr. Ab 18.00 Uhr machen wir einen Livestream. Dabei sein werden aus heutiger Sicht zumindest, wenn nichts dazwischen kommt, der Janis, Erik, meine Wenigkeit, Lukas natürlich hinter der Kamera. Und dann wollen wir miteinander ein bisschen korrespondieren, wie wir es schon mal gemacht haben. Wir haben ja schon ein, zwei Livestreams gemacht, hat immer super Spaß gemacht. Das Google-Formular. Und zwar, das wird euch Lukas auch nochmal einblenden. Ihr werdet die Möglichkeit haben, über die Videobeschreibung praktisch ein Google-Formular anzuklicken. Und dieses Google-Formular sieht folgendes vor. Ihr müsst folgendes ausfüllen. Eure Mailadressen natürlich, dann den Namen, wie ihr angesprochen werden wollt. Denn, also bitte keinen komischen Namen, den man auspiepsen muss. Das wäre ganz gut, wenn ihr einen normalen Namen nehmen würdet. Wegen der Privatsphäre, dass ihr, was weiß ich, es gibt zum Beispiel einer, SkyNet zum Beispiel. Der würde eben mit SkyNet angesprochen werden. So denken wir uns das. Macht, wie ihr wollt. Ihr könnt auch mit Frank angesprochen werden. Völlig egal. Das legt ihr aber fest. Dann solltet ihr bitte nochmal dazu reinschreiben, ob ihr lieber eine CD oder lieber eine Schallplatte haben möchtet. Genauso bei dem T-Shirt. Gebt bitte die Größe an. Wir haben ein paar T-Shirts da. Es ist so, wer zuerst kommt, malt zuerst. Wir haben, ich glaube, ein paar Mal XL da und wenn jetzt alle M und L schon weg sind, dann kriegt ihr ein XL. Das ist, wie es ist. Aber wie gesagt, wir versuchen das natürlich so zu machen, dass jeder zufrieden ist und happy ist. Und dann würde ich sagen, kann ich nur noch Daumen drücken und ganz wichtig, eine Bedingung, was ihr damit teilnehmen könnt. Und das ist uns schon wichtig. Ihr solltet wirklich Abonnent sein. Das ist so ein bisschen, das kostet euch ja gar nichts. Aber wir haben was davon, dementsprechend, wenn wir Abonnenten, wenn es mehr und mehr werden, dementsprechend. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, durch Industrien Dinge zugeschickt bekommen, die wir für euch testen können. Und je mehr Abonnenten wir haben, das ist vielleicht ganz logisch, desto aufmerksam wird die Industrie auf uns. Das ist eigentlich der Sinn dahinter, warum wir so oft um Abonnenten bitten, dass ihr das macht. Und noch einmal, es kostet euch nichts. Es ist einfach nur ein Klick. Das war es dementsprechend. Aber wir haben tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, schickt uns doch das mal zu. Oder die kommen mittlerweile sogar auf uns schon zu. Und sagen, könnt ihr mal für uns testen? Und da wollen wir doch genau hin. Das tun wir ja letztendlich auch wieder für euch. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Ich hoffe, ihr auch. Also, wir können jetzt nur noch Daumen drücken. Wir freuen uns sehr auf diesen Livestream. Das hat jedes Mal unglaublich viel Spaß gemacht. Das macht man ja über Mail sozusagen. Ihr schickt was. Wir beantworten das dementsprechend. Da kommen Fragen rein. Da kommen Wünsche rein. Was uns auch ganz toll finden würde, wäre auch, wenn ihr in dieses Video ein paar Kommentare reinschreiben könntet, was ihr euch mal vorstellt, was eine neue Reihe sein könnte. Eine neue Reihe ist zum Beispiel, einen Podcast zu machen als Idee jetzt mal. Eine neue Reihe könnte auch sagen, Fidelity bei einem anderen Händler. Oder dass wir was zusammen machen. Wie auch immer. Lasst eure Fantasie bitte freien Lauf. Und wir würden es toll finden, wenn ihr uns mal sagen würdet, worauf ihr Lust habt. Was ihr toll finden würdet. Was vielleicht auch in der Branche gar nicht so typisch ist. Lasst einfach mal freien Lauf. Und wir können ja immer noch sagen, das kann man umsetzen. Das schaffen wir vielleicht nicht. Aber eure Ideen sind natürlich ganz, ganz wichtig. Also in diesem Sinne, wir können nur fest die Daumen drücken. Ich tue es. Einer wird wirklich sehr happy sein. Wir reden hier von fast 10.000 Euro. Das ist also, finde ich, ein Riesengewinn. Und ja, viel Glück. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis bald. Euer Hajo. Ciao. 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 Ciao.